Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7480 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In der Zukunft werden wir mit dieser Firma zusammenarbeiten. Schau dir mal die Webseite an. In der Zukunft werden wir mit dieser Firma zusammenarbeiten. Schau dir mal die Webseite an. Ich kann es nicht glauben. Wir haben 2000 Euro Schulden. Ich kann es nicht glauben. Wir haben 2000 Euro Schulden. Ich kann es nicht glauben. Wir haben 2000 Euro Schulden. Ich konnte eine weitere Immobilie verkaufen. Käufer und Verkäufer sind sich einig. Ich konnte eine weitere Immobilie verkaufen. Käufer und Verkäufer sind sich einig. Ich konnte eine weitere Immobilie verkaufen. Käufer und Verkäufer sind sich einig. Eine Hypothese ist eine Vermutung, die auf Beobachtungen und Tests beruht. Eine Hypothese ist eine Vermutung, die auf Beobachtungen und Tests beruht. Eine Hypothese ist eine Vermutung, die auf Beobachtungen und Tests beruht. Der Bildschirm wird plötzlich grün. Was soll ich jetzt tun? Der Bildschirm wird plötzlich grün. Was soll ich jetzt tun? Der Bildschirm wird plötzlich grün. Was soll ich jetzt tun? Ich habe in der Lotterie gewonnen. Jetzt kann ich noch mehr Geld für Kleidung ausgeben. Ich habe in der Lotterie gewonnen. Jetzt kann ich noch mehr Geld für Kleidung ausgeben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ... ... ...